Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und zur letzten Folge von Let's Play Together, eigentlich Runes of Magic. Ja, äh, warum zur letzten Folge? Ich mach mal hier so ein bisschen mit meinem Hauptcharakter, weil ich komme gerade zu gar nichts, wirklich. Äh, anderen Let's Plays bin ich gerade enorm hinterher. Ähm, ich mach das hier mal, erklär dann nebenbei, äh, was ich mache. Deswegen bin ich auch gerade auf meinen großen. Eigentlich wollte ich den nie zeigen im Let's Play. Ich dachte so, aber als letzte Folge... Oh, ich hab kein Ei mehr. Kann man auch falsch verstehen. Die brauchen mehr Eier. Gib Eier. Oh. Äh, ne, ihr wisst schon, warum ich mein als letzte Folge hier mache, äh, ist ganz einfach, äh, erklärt und... Moment, ich muss ja mal kurz gucken, welchen müssen wir denn jetzt, den da... So, und zwar, der Long Life und ich, wir haben ja zusammen ein Let's Play hier gestartet, das wisst ihr ja, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier. Ähm, Let's Play Together, Runes of Magic. Nun hat sich aber einiges verändert. Erst war es so, dass er kaum Zeit hatte und ich auch nicht so wirklich. Und jetzt ist es mittlerweile so, wir haben halt so die Arbeitszeiten ausgetauscht. Man muss sich halt auch so ein bisschen richten, wie der andere Zeit hat im Endeffekt. Und bei uns ist es momentan so, dass, ähm, wenn ich arbeite, der Long Life frei hat. Arbeitet der Long Life, hab ich frei. Das ist momentan ein bisschen blöd und ich glaube, das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern. Zumindest bei mir nicht. Ob das bei Ihnen sich ändert, weiß ich nicht. Ich bekomme ihn ja leider nicht mal. Eigentlich haben wir gedacht, dass wir die letzte Folge gemeinsam aufnehmen, erstmal. Weil, wir wollten eigentlich das beide schon gemeinsam erklären, aber ich kriege ihn einfach nicht mehr an die Strippe, sozusagen. Äh, er ist bei Steam kaum noch online. Wie gesagt, er arbeitet auch recht viel. So ist halt nun mal das Leben. Äh, man hat, äh, wenn man älter wird und dann zur Arbeit geht, immer weniger Zeit. Und, war auch ein Grund, warum ich hier bei Runes of Magic, ich privat, fast einen Monat nicht mehr online war. Weil, wie gesagt, ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit. Ich hab dann gerade so noch das mit YouTube immer gestemmt. Ihr wisst ja, dass ich immer nur eine Folge pro Tag hochgeladen habe. Das wird sich aber demnächst auch ändern, von meiner Seite aus auf jeden Fall. Und, deswegen möchte ich jetzt auch hier und jetzt verkünden, dass das Let's Play, Runes of Magic, erstmal abgebrochen wird oder beendet wird. Auf jeden Fall, ja, beendet, würde ich sagen, beendet. Also, zumindest das Together. Ob es dann später von mir aus nochmal, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, weitergeführt wird, beziehungsweise ein neues Let's Play, aber ein einzelnes gemacht wird, weiß ich noch nicht. In Zukunft, äh, glaube ich momentan erstmal nicht, bis ich die anderen Projekte unter, äh, unterm Griff habe, sozusagen. Dass ich sage, ich habe, oh, das ist alles verbrannt. Da muss ich immer drauf achten, Mensch. Ja, ein paar haben wir ja noch. Dass ich sage, ich habe jetzt, was ich auch hatte, 5, 6 Let's Plays am Laufen und die kriege ich gar nicht mal unterm Hut, sozusagen. Jetzt ist es so, Dragon Age ist vorbei, Runes of Magic wird dann vorbei sein. Dann habe ich erstmal wieder Luft. Dann kommen erstmal die anderen Projekte, die ich habe, die zu Ende gebracht werden. Und dann kommen neue hinzu. Das heißt, ich habe auch schon überlegt, ob ich nach Reppels, weil Reppels ist ja auch irgendwann vorbei, Folge 300, wollte ich dann Schluss machen. Ob ich dann Runes of Magic als Dauerprojekt alleine anfange. Das steht aber noch im Raum, das weiß ich noch nicht. Mal sehen, würde ich sagen. Naja, wie gesagt, es hat sich halt so viel verändert bei uns beide, dass ich sage, ich weiß momentan nicht, wo mir der Kopf steht. Deswegen beende ich das Let's Play hier, wie gesagt. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ihr könnt mir ja mal signalisieren, mit einem, ja ich bin jetzt mal so, mit einem Daumen hoch. Wer denn von mir alleine ein Let's Play wünscht von Runes of Magic oder mit einem Daumen runter, äh, nee, lass mal stecken, würde ich sagen. Äh, ihr braucht da kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr einen Daumen runter macht. Ich weiß ja, was das dann gemeint ist in dem Video. Ähm, und wenn jemand, äh, keins von beiden will, aber mal seine Meinung kundtun will darüber, dann kann er das gerne auch in den Kommentaren tun. Denn auch da bin ich für alles offen eigentlich und, äh, diskutiere eigentlich immer gerne mit den Leuten. Weil diskutieren muss ja nichts Schlimmes sein. Das kann ja auch positiv sein. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, es liegt halt nicht an uns beide einzeln, sondern eher an der Freizeit. Wir haben halt kaum Freizeit. Sagen wir es mal so. Also, denn, wie gesagt, wenn er frei hat, muss ich arbeiten, wenn ich frei habe, muss er arbeiten. Das ist ein bisschen blöd. Ist aber in Erwachsenenleben öfter so. Also, ich sehe das ja, meine Kumpels, die ein, zwei Jahre jünger sind als ich, die kommen jetzt auch in die Lehre, oder die sind jetzt in der Lehre seit einem Jahr. Und mit denen habe ich halt auch kaum Zeit, weil die halt auch beschäftigt sind. Das ist, das ist voll normal, ne? Äh, kann man nicht ändern. Und so ist das halt nun mal, wenn man halt seine Brötchen sozusagen verdienen muss. Ich denke, jeder weiß da, was ich meine. Zumindest die, die halt auch wirklich schon arbeiten. Ähm, so. Und das mit YouTube hier ist ja für mich auch nur als Hobby gedacht. Es ist weder was, wo ich wirklich eine Einnahmequelle mit habe. Ich habe zwar Werbung an, wie wahrscheinlich der eine oder andere weiß. Und ich hoffe, dass man mich dadurch auch unterstützt, dass man vielleicht den Adblocker ausmacht. Aber das muss jeder selber wissen. Ich möchte da gar nicht primär aufs Geld hinaus hoffen. Das ist so eine kleine... Man, man stelle sich das vor wie eine Art Taschengeld. Äh, es ist so ein kleiner Nebeneffekt. Ich, mir ist das eigentlich mit dem Geld eigentlich vollkommen egal. Ich möchte halt die Reichweite an Zuschauern erreichen, indem ich halt, äh, ein Let's Play spiele, damit Spaß vermittle. Oder halt auch, ähm, andere Emotionen und, äh, ja. Damit habe ich im Endeffekt mein Ziel erreicht. Und sozusagen, wie ich schon einmal gesagt habe, in irgendeinem Let's Play vor mir war das. Da habe ich mal gesagt, dass mir die Let's Plays als... Ja, wie soll man das denn nennen? Weil YouTube ja auch erst angefangen hat, wirklich zu existieren. Weil YouTube ist ja eigentlich recht frisch. Und zwar möchte ich sowas hier als Let's Play gerne nutzen. Als Verewigung, könnte man sagen. Meine Let's Plays. Denn ich werde die niemals löschen. Und wenn die von YouTube nicht gelöscht werden, was ich nicht glaube, dann werden die auch nach meinem Tod irgendwann weiterleben. Und ich habe, ich sehe gerade, ich habe alle 10 Tagesquests fertig. Äh, achso, übrigens, wenn ihr euch wundert, wieso die Grafik hier so ein bisschen matschig ist. Die ist auf jeden Fall mehr als matschig. Das liegt daran, weil ich immer mit dem großen BKs gemacht habe. Also Belagerungskrieg. Und da hat das bei mir immer enorm geholfen. Wenn ich, kann ich euch ja mal zeigen. Wenn ich hier alles auf niedrig gestellt habe. Sichtweite auch auf Dings. Damit ich nicht so oft rausfliege. Und das hat tatsächlich geholfen. Also für die, die da Probleme haben. Also bei mir nützt das was. Ich fliege nicht mehr raus. Ab und zu einmal. Aber das ist äußerst selten. Oh, ich gucke mal im Briefkasten. Ist da was Neues drin? Nö. Ja, wie gesagt. Ähm. Wie gesagt. Seid mir da nicht böse. Das Let's Play. Deswegen währt die Folge auch gleich nicht so lange. Ich hoffe, das findet ihr hier nochmal ganz cool als Abschluss. Ich habe auch extra diesen Charakter gewählt. Aus dem ganz einfachen Grunde. Äh. Falls. Also ich werde ab und zu mal hier online sein. Auch nicht jeden Tag. Aber wenn ich mal online bin. Und ihr wollt mich gerne mal kontaktieren. Oder mal. Eine Runde schreiben. Durch die Let's Plays. Oder. Tipps geben. Oder weißt du was ich was. Äh. Zögert nicht. Beziehungsweise. Habt keine Scheu. Schreibt mich an. Wenn ich mal nicht antworte. Dann bin ich halt afkar. Aber ich denke mal. Das werdet ihr dann. Aus dem Verständnis. Oder beziehungsweise. Das versteht man dann denke ich mir mal. Wenn einer nicht antwortet. Dass er entweder beschäftigt ist. Oder afkar ist. Ich denke mal. Das sollte jeden einleuchten. Und. Äh. Ja wie gesagt. Ist halt ein bisschen blöd gerade. Aber. Was soll man machen. Ihr seht selbst hier drinnen. Alles matchig. Durch die Grafik halten. Das ist klar. Ich wollte mal ein bisschen aufräumen. Dann können wir noch ein bisschen weiter erzählen. Ähm. Wie gesagt. Ob das dann mal weitergeführt wird. Das Let's Play. Ich hab's mir auch anders erwünscht eigentlich. Ich hatte mir eigentlich große Pläne gemacht. Über Runes of Magic. Ich dachte eigentlich. Dass man aus Runes of Magic. Äh. Du du du. Ach ne. Das war. Hm. Falsche. Frosch. Frosch. War mal kein Frosch. Das war das Event. Ja. Äh. Ich hatte mir eigentlich mit dem Let's Play. Was ganz anderes erhofft. Und zwar. Einfach. Einfach halt ein gigantisches Let's Play. Achso. Okay. Verdächtiges. Kann aber weg. Weil das. Äh. Mit Halloween zu tun hatte. Ähm. Da. Ach ne. Muss ich erst öffnen. Okay. Äh. Wie gesagt. Ich hatte mir eigentlich was anderes nochmal zum dritten Mal. Oder vierten Mal. Ich hatte mir was anderes erhofft. Aus dem Grunde. Äh. Weil ich. Ein richtiges Let's Play draus machen wollte. Mit Long Life zusammen. Auch ein paar. Zehner Folgen. Beziehungsweise 100 Folgen. Je nachdem wie groß das geworden wäre. Es wäre wahrscheinlich ultra lange gewesen. Aber. Ich hatte es mir auch irgendwie schon fast gedacht. Dass. Äh. Es mir fast nichts gebracht hat. Ich weiß mal nicht warum ich die gerade eingewendet. Äh. Eingenommen habe. Hätte ich mir halt die zum Event sparen können. Aber naja. Auch Schiette drauf. So. Die heben wir uns auf hier. Und zwar Ausrüstung. Und. Die Kleinen. Oh. Falscher. Da. So. Äh. Die kommen dann gleich in der Gilde gespendet. Da zeige ich euch aber nicht mehr. So. Können weg. Wie gesagt. Und das ist eher mein großer. Ihr könnt mal mein. Wenn ihr wollt mal. Meine Crips sehen. Es ist halt auch noch nicht so doll. Ich habe auch erst angefangen gehabt. Wie da. Weil den. Den hatte ich innerhalb von. Nicht mal ein oder zwei Monaten. Auf 92. Durch. Die ganze Zeit. Questen. Und. Machen und tun. Und. Dann habe ich halt auch echt mal eine Auszeit gebraucht. Von einer Woche. Und nach der Woche kam das dann mit. Äh. Ich habe keine Zeit. Longlife hat keine Zeit. Und. Es ist ja auch jetzt. Ein Monat her. Wo ich. Äh. Eigentlich euch das schon sagen wollte. Wir. Ich habe immer mal geguckt. Kriege ich jetzt Longlife hier mal an der Strip. Hat da mal. Es waren ja. Es sind ja nur 15 Minuten. Immer so geplant gewesen. So. Hast du mal 15 Minuten Zeit. Dann machen wir mal kurz die letzte Folge zusammen. Weil eigentlich hätte ich das gerne schon gehabt. Vielleicht wird es nochmal eine einzige Folge geben. Ich weiß aber nicht wann. Wo auch der Longlife nochmal dazu kommt. Und nochmal seinen Standpunkt vertritt. Ted. Und. Ich kann aber da nichts garantieren. Und hier. Wenn ihr wollt. Könnt ihr einfach mal mein Equip durchgucken. Es war im Aufbau. Es war auch nichts besonderes. Das war einfach nur so. Näh. So. So. Naja. Equip. Ne. Würde ich sagen. Und das war schon ein bisschen besser gemacht. Fand ich. Es war nur transformiert. Aber es war trotzdem gut. Und das. Mein Stab. Der Stab fand ich richtig gut. Der hat echt ordentlich Power. So. Kanalgürtel. Wie gesagt. Das ist alles hier so Standardzeug. Wisst ihr. Das ist. Naja. Meine Klassen momentan. Naja. Was soll man machen. Gut. Ich würde sagen. Die Folge war es jetzt auch. Wie gesagt. Ich möchte die eigentlich nicht zu lange machen. Denn es ist ja keine Fortführung. Sondern eine letzte Folge des Let's Plays gewesen. Denn. Wie gesagt. Leider. Leider. Das ist auch bei Reppels. Irgendwann so. Ist es halt an der Zeit. Zu sagen. Ja. Tschüss. Im Endeffekt. Ne. Weil. Ja. Äh. Besonders bei Reppels. Ist das ein gutes Beispiel jetzt. Es sind 300 Folgen dann bald. Irgendwann. Wo ich dann Schluss machen möchte. Und irgendwann ist auch mal. Schluss. Gut. Bei Ruins of Magic. Hat es jetzt dummerweise. Am Anfang halt. Äh. gesagt. Hier. Wir haben keine Zeit mehr. Das geht jetzt halt nicht. Kann man nicht ändern. Aber. Ich denke mal. Bei Reppels ist es halt der beste Beweis. 300 Folgen. Und gut ist. Irgendwann ist auch ein Let's Play mal ausgeschöpft. Auch wenn dann davon wahrscheinlich die meisten Abonnenten abspringen werden. Aber ich muss auch sagen. Ich mach mir auch. Soll jetzt nicht böse sein. Aber. Ich habe lieber. 5 Abonnenten. Äh. Das ist jetzt ein Beispiel. 5 Abonnenten. Die gerne mal die Videos gucken. Egal was ich mache. Vielleicht auch wegen das Spiel. Das ist mir egal. Anstatt 100 Abonnenten. Die nur ab und zu mal reingucken. Und meistens alles durchskippen. Oder so. Dann habe ich lieber die 5. Ich bin auch mit einer kleinen Zahl genügsam. Sag ich mal. Deswegen sagte ich ja auch. Dass ich mit meinem Let's Play Kanal. Nicht wirklich Geld verdienen möchte. Werbung ist halt an. Es sind halt auch schon ein paar Einnahmen drin. Im Endeffekt. Aber es ist alles so. Naja. Also mein Gott. Was soll's. Gut. Dann wie gesagt. Ich bedanke mich. Ganz 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 herzlich. Trotzdem. Dass ihr es. Unser Let's Play Together eigentlich geschaut habt. Beziehungsweise. So. Die paar Folgen. Die halt waren. Und ich muss mich nochmal entschuldigen. Dass wir halt leider nicht weiter gemacht haben. Aber lasst mir gerne Kritik unten in den Kommentaren da. Vielleicht werde ich mich dann. Äh. Irgendwann nochmal dazu überringen. Äh. Zu sagen. Okay. Ich fange jetzt nochmal Let's Play an. Von Runes of Magic. Aber dann halt alleine. Damit ich dann halt auch für mich selber. Sagen kann. Hier. Du hast dann und dann Zeit. Dann kann ich dann und dann aufnehmen. Und dann sind auch dann und dann die Folgen fertig. Also. Wie gesagt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.